hey ho meine lieben wir legen selber steaks ein und würzen das ganze mit pick bang theory von mac allister ja im letzten video ist es ja eigentlich kein aufgefallen dass ich es die ganze zeit falsch ausgesprochen habe deswegen habe ich da jetzt ganz genau darauf geschaut das war das darkwing dutch und nicht darkwing dutch wie ich immer gesagt habe aber egal moment und weil es ja so lustig war mit dem gefriertrund funden dieses mal hat schatzi steaks rausgezogen und die lege ein und das machen wir jetzt da drüben attacke viel braucht man nicht zum einlegen ich habe hier öl da steht zwar rapsöl drin ist aber sonnenblumenöl drin eben die steaks eine schale wo es alles reingeht müsste gerade so ausgehen zwei zwiebeln ein bisschen knoblauch und eben gewürz eurer wahl und ich schneide jetzt die zwiebeln klein in ringe den knoblauch schälen mit dem messer flach drücken und ein bisschen klein hacken und ja da können wir schon die steaks würzen und fertig einlegen ich bereit schnell vor drei wunderschöne nacken steaks sind rausgekommen also die richtige schnabulierportion am abend für schatzi und mich ja und die eine seite tun wir jetzt schon mal schön ein würzen und die zweite seite seht ihr gleich offen lassen dann nehmen wir uns unsere schale schmeißen unten ein paar zwiebeln rein ein bisschen knoblauch dazu wenn wir bloß gucken wie man die da am besten reinschichten dann kommt das öl ins spiel tun wir uns hier ein klein wenig öl hinein ja und da schmeißen wir dann das erste rein ein bisschen andrücken noch ja und schwuppsdiwupp ja und wie mache ich das jetzt ziehen wir das darüber hoffe ich doch dass ich alle drei so rein krieg aufeinander sonst müsste ich doch noch eine andere schüttel holen und das wird mich jetzt aufregen und ich möchte mich heute nicht aufregen nein 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 aber ich könnte es ein bisschen hier rüber tun und das andere tun wir dann ein bisschen falten da kriegen wir es locker rein hier wieder ein bisschen knoblauch drüber und tropfen öl das zweite seck haben wir da jetzt so drauf das hier wollen wir so noch mit rein rein restliche knoblauch ja knoblauch jetzt ein bisschen mehr sein können aber in dem gewurz ist ja auch schon knoblauch mit enthalten und dann verteilen wir einfach unsere restlichen zwiebeln da drauf überschütten das nochmal mit öl und pressen dann einfach den deckel drauf so man kann das dann noch zwischendurch ein bisschen schütteln und hau mich tot aber das wandert jetzt in den kühlschrank und zwar bis dienstag abend also heute ist sonntag sonntag abend montag abend dienstag abend also insgesamt 48 stunden in etwa und dann geht es weiter gute nacht ihr geilen steaks bis übermorgen juhu zwei tage später zwei zucchinis die schwasche ich bloß noch schneid sich hier ab und einmal halbieren jeweils den lauch hier karten hier ungefähr karten und dann kommt das so wie er ist auf den grill das ist das was man dazu essen das muss reichen und oh leute so sieht das fleisch aus und das schmeißen wir nachher auf den grill in indirekten bereich juhu so einfach vorbereitet ja leute gehen wir raus so leute ich fange jetzt einfach einmal an den lauch hier drauf die zucchinis hier mit drauf und hier hinten rum dann legen wir die steaks mit drauf und ja ich hoffe dass das halbwegs alles nachher gleichzeitig fertig ist wie gesagt ich hoffe wir werden es nachher sehen ich komme raus zu feigling so und den rest heben wir uns auf weil den tun wir nachher dann noch über die zucchini drüber träufeln ja so machen wir das aber jetzt erst mal den deckel zu und ein bisschen grillen lassen einen kurzen reingucken den lauch habe ich jetzt schon mehrfach gedreht dass der am schluss außenrum braun sehr braun schwarz röst herum hat Ist vollkommen in Ordnung, weil der wird dann geschält. Die Zucchinis habe ich einmal schon umgedreht. Die werden langsam weich. Und die Steaks drehe ich jetzt noch nicht um, weil die Zwiebeln, bevor die nachher dann sinnlos unten verkokeln, tue ich nachher dann auf die Zucchinis, wenn ich sie wieder umgedreht habe, oben schön drauf verteilen. Genauso wie das restliche Öl und die restlichen Zwiebeln. Ja, genau. So machen wir das jetzt. So. Einfach noch ein bisschen weiter grüllen. So Leute, dann wollen wir mal die Drehung vollziehen. Wenn du jetzt die Steaks drehst, sind die ganzen Zwiebeln alle hoffnungslos verloren, weil die Steaks kommen ja dann auch nochmal direkt drauf. Und genau das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja noch was von den Zwiebeln haben. Und deswegen mache ich das so. Jetzt noch die restlichen Zwiebeln mit drauf. Klar, dass die nicht mehr hundertprozentig jetzt vielleicht durchgaren, aber das macht gar nichts. Der Zwiebelsalat hat auch was. So, dann fasse ich da noch ein bisschen von dem Öl drüber. Das ist ja auch mit den Gewürzen angereichert. Oder dem Gewürz von McAllister. So, dann fasse ich jetzt nochmal zu. Lassen wir noch kurz ein paar Minuten drauf fliegen. Und dann brauche ich bloß auch die Steaks direkt angrillen. Und dann können wir schon essen. Ja, dann würde ich sagen, die Zucchini sehen sehr gut aus. Schmeißen wir die jetzt noch direkt drauf hier. Geben wir denen noch ein klein bisschen mehr Farbe. Und dann können wir auch schon essen. So, nach zweimal rum und zweimal nummen. Dann drehen wir es noch ein letztes Mal. Und dann sind sie auch gut. Die kann man dabei runter tun. Den Lauch ziehe ich gleich hier draußen ab. Verbrennen wir wahrscheinlich gleich noch meine Flossen. Nein, nicht. Die ziehe ich drinnen ab. So. Das reicht. Und wenn das jetzt nicht ein schönes Abendessen ist, dann weiß ich auch nicht. Wir gehen jetzt wieder rein. Und da tun wir essen. Und probiere natürlich. So, Freunde. Wenn ich etwas graue Haare heute habe, dann liegt das an dem Ärger, den ich habe. Oder auch an der Motorhaube, wo ich hinten geschliffen habe. Egal. Essen. So sieht es jetzt fertig aus. Und hier wäre jetzt der Einsatz von Heinz Ketchup sogar für mich völlig legitim. Aber jetzt probieren wir doch erst einmal, wie das mit dem McAllister Gewürz schmeckt. Und dem zusätzlichen Zwiebeln und Knoblauch. Kommt ganz gut. Um nicht zu sagen, lecker. Der Lauch. Kann man absolut so machen als schnelle Beilage. Sehr, sehr gut. Und die Zucchini. Absolut ungesalzen. Nur mit ein bisschen von dem Gewürzöl. Wie nenne ich es jetzt einmal? Und noch ein bisschen Salz drauf. Ja. Also. Moment. Auch das Gewürz kann ich empfehlen. Das Pick Bang Theorie. Also mir schmeckt es gut. Aber das hatte ich ja eh schon mal verwendet. Ja, Schatz. Was sagst du dazu? Wie schmeckt es dir? Sag was zu dem Gewürz. Sehr lecker. Nicht überwürzt. Nein. Gut. Gute Idee von Schatzi. Noch von dem Gewürz, was wir über die Zucchini drüber streuen. Das mache ich jetzt auch. Das schmeckt sehr gut. Sogar noch etwas über den Lauch. Dann probiere ich das Ganze nochmal. Kommt echt gut. Und ja. Somit haben wir wieder ein einfaches Video gemacht. Und schauen wir mal, was wir als nächstes aus der Truhe rausziehen. Okay. Das war's. Leute. Wir sehen uns. Ich wünsche euch was. Nettes, freundliches Kommentar. Auch konstruktive Kritiken sind gerne gesehen. Unten. Und Daumen nach oben sind natürlich auch sehr gerne gesehen. Leute. Wir sehen uns. Tschaukowski. Tschaukowski.